Herzlich willkommen bei Plasser und Theurer aktuell TV. Wir melden uns diesmal von der 26. internationalen Ausstellung Fahrwegtechnik in Münster. Diese weltweit größte Messe für Fahrwegtechnik fand vom 28. bis zum 30. Mai statt und zeigte die innovative Kraft im modernen Gleisbau. Plasser und Theurer präsentierte sich ganz unter dem Motto Wirtschaftlichkeit durch Qualität und unterstrich einmal mehr seine Bedeutung für diese äußerst leistungsfähige Branche. Über 200 Aussteller aus 21 Ländern, rund 25.000 Besucher aus mehr als 80 Ländern, die IAF ist der Treffpunkt für Fahrweg-Experten. Schon zur Eröffnung im Messezentrum kamen Manager aller namhaften Unternehmen, die Spitzen des Veranstalters, des Verbandes Deutscher Eisenbahningenieure VDEI und selbstverständlich die Vertreter aus der hohen Politik. Ein Highlight des obligaten Rundgangs war der Außenbereich des Messegeländes. Hier zogen die 16 ausgestellten Maschinen von Plasser und Theurer die Aufmerksamkeit auf sich. Neben diesen Maschinen im Freigelände boten wir auf unserem Stand in der Halle eine Fülle an technischen Neuheiten. Beeindruckend dabei war vor allem der Umfang unseres Produktspektrums, das von kompakten Lösungen bis zu Hochleistungsmaschinen reicht und Plasser und Theurer als echten Komplettanbieter ausweist. Vielen Dank. Vielen Dank.